Ich freue mich behaupten zu können, dass Bewegung und Sport am Lichtenfels Gymnasium nicht nur ein Unterrichtsgegenstand, sondern Teil unserer Identität ist. Wir wollen unsere Begeisterung an Kinder weitergeben, um für jede und jeden zumindest eine Sportart zu finden, die über den Schulrahmen hinaus auch am Nachmittag betrieben wird. Dabei unterstützt uns der Schulsportverein Lichtenfels aktiv, wo wir zahlreiche Sportarten anbieten, die sonst im Unterricht zu wenig oder keinen Platz finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alsance des ZDF für funk, 2017 Imyklus Vielen Dank.